Ich bin der Benjamin Printer, das ist in der Lebenshilfe-Werkstatt und mir gefällt es mir hier sehr gut. Der Benni ist vor zwei Jahren circa zu uns gekommen und er ist ein sehr freudiger Mensch, ein feiner Mensch und er macht eigentlich schön alles mit und ist sehr lernfähig und gibt sich wahnsinnig Mühe. Ich habe mit den Bohnen durchgeblasen, dann wird es geröstet, dann wird es angepackt. Ich mache verschiedene Cafés und Atemediato, Espresso, so verschiedene Arten. Arbeit macht mir richtig Spaß. Wir bilden die Leute so aus, dass die eigentlich so eigenständig wie möglich das hinkriegen und das macht uns auch stolz, dass er das so annimmt, wie wir ihm das beibringen. Die größte Leidenschaft neben unserem Café ist FC Bayern. Basketball, Fußball, alles. Ich spiele auch Basketball für OBA. OBA ist die Abkürzung für offene Behindertenarbeit. Wir machen Freizeit- und Bildungsangebote und Sport ist ein großer Bereich. Sport ist schon wichtig allein für Bewegung, Gesunderhaltung, Präventiv, aber auch so ein Stück Teilhabe an sich. Und dann, sage ich mal so, das Besondere, diese Kooperation mit dem FC Bayern Basketball ist für unsere Sportler einmalig. Das Thema One-Team, das ist für mich einfach ein Zeichen der Gemeinschaft. Und ich bin generell ein Mensch, der der Gemeinschaft liebt. Egal woher, also egal welcher Herkunft oder egal was. Ich finde es immer wieder schön, dass man sowas zurückgeben kann. Wenn ich dann ein Gesichter sehe, die lächeln oder die einfach Freude daran haben, mit einem Basketball zu spielen mit mir, bin ich einfach sehr happy und ja, eine gute Sache. Das wir hier sitzen dürfen, das ist echt toll. Dieses Spiel ist sehr gut. Am Glück haben wir die Bayern noch sehr knapp gewonnen. Die Stimmung war richtig schön. Schön. Und wir haben auch noch angefreit auf den Bayerns Sieg. Und ja, das finde ich richtig toll. Und ich komme bald immer wieder, wieder in den Autodom. Und das neueste Stadion komme ich auch noch. Heute ist es für unser Stadion im Bild. Es—